Hallo liebe VWR-Freunde, willkommen zum zweiten Workout-Teil. Ich mache euch jetzt drei Übungen vor. Die machen wir achtmal 20 Sekunden, zwischendurch 10 Sekunden Pause. Beginnen mit dem Jumping Jack zum Aufwärmen, dann eine Rückenübung und noch eine Gesäßübung und zum Schluss gibt es noch eine Challenge. Ich mache die Übung jetzt erstmal vor. Ich mache die Übung. Das sind die drei Übungen. Zur zweiten Übung noch, ihr nehmt euch einfach ein Handtuch, zieht es so fest, ihr könnt auseinander und dann zieht ihr es immer zur Brust ran. Ich glaube, die beiden anderen Übungen hat man gut erkannt. Dann kommen wir zur Challenge. Wir machen eine Plank-Challenge, das heißt, wer die Plank am längsten halten kann, der gewinnt. Also schreibt uns, wie lange ihr die Plank halten konntet, schickt uns Videos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Workout. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich mache euch jetzt noch die Plank vor. Viel Spaß. Das war's. Das war's. Vielen Dank.